Wir sind jetzt in Langendal im Bahnhof, es hat geheissen, da kommt einer vom Berner Oberland oben runter. Und Rugenbräutrinker heisst er. Ich dachte, der kennt Nigg nie, ich weiss ja nicht wer das ist. Aber hier ist er nachher gekommen mit der Bierflasche. Ich habe noch gesagt, der Remmeler, das kann wohl der sein, der dort ein Bier kommt. Aber, jetzt kann man das mal sagen, Rugi zu Gast bei Freunden. Ich bin mit dem Ratschen, aber der hat das Ganze schon mitgenommen und wir haben auch schon ein Brot. Darum testen wir jetzt, ob das wirklich gut ist. Remmeler, sagst du, hast du schon genommen? Nein. Cheers. Ja, aber cheers. Ja, ich verstehe. Sechs für Gäste gekauft und noch gekühlt. Ja, ich merke. Wie viel hast du jetzt unterwegs schon gelernt? Ja eben, es hat jetzt noch drei. Nehmen wir drei, vier. Ja, hier steht zehnmal 33. Ja, gut, das reicht nicht weit für dich, aber... Ja, das ist eben da. Es ist schon weit der Weg für uns ein langer Tag. Übrigens, du hast dein Stuff Shirt nicht an, da sehe ich. Äh, Wasser. Oh. So drin. Ah, tatsächlich. Doch, doch. Der ist weit der Weg, ein richtiger T-Shirt. Darum sage ich doch einfach, Ciaoiii. Ciaoiii. Ja, so oberland, ja, so oberland. Sperm oberland, wie schön. Ja, so oberland, ja, so oberland. Sperm oberland, wie schön. Wann ich nur mein Best, wo Spumli sie wär? Spumli sie, und froh an, wo der Herr? And, wo der Lied im Ben-Oberland. Sperm oberland, wie schön. Ja, so oberland, ja, so oberland. Sperm oberland, wie schön. Ja, so oberland, ja, so oberland. Sperm oberland, wie schön.